Was zur Hölle war das für eine Partie zwischen den Bayern und Gladbach? Wieder einmal sind es die Fohlen, die dem Rekordmeister ein Beinchen stellen. Theoretisch kann man diese Partie in wenigen Sätzen zusammenfassen. Die Bayern waren über die gesamte Spielzeit haushoch überlegen. Zwei Abseits-Tore, eins davon extrem knapp. Ich glaube, wenn der Treffer gezählt hätte, dann hätten wir hier wahrscheinlich eine ganz andere Partie erlebt. Hat er aber nicht. Und ein dummer Fehler von Upamecano hat dann dazu geführt, dass Gladbach durch Markus Thuram in Führung gegangen ist. Ich denke, ihr kennt das Sprichwort, wer sie vorne nicht macht, der bekommt sie hinten rein. Und genau das ist im Endeffekt passiert. Der wichtigste Faktor in dieser Partie war allerdings Jan Sommer, der wahrscheinlich einen Weltrekord an Paraden aufgestellt hat. Seine Leistung heute war einfach nur Weltklasse. Naja, zumindest konnten die Bayern sich durch den Treffer von Leroy Sané noch einen Punkt sichern. Und ganz ehrlich, obwohl wir hier von einer einseitigen Partie sprechen, muss ich sagen, dass ich selten ein spannenderes Spiel gesehen habe. Die Gladbacher haben sich leidenschaftlich in jeden Zweikampf geworfen. Und wenn kein Fuß dazwischen war, dann war es Jan Sommer, der wirklich, und das muss man einfach nochmal hervorheben, das Spiel seines Lebens gemacht hat. Er war letzte Saison schon die Lebensversicherung und heute hält er gegen drückend überlegene Bayern den Punkt fest. Eins plus mit Sternchen hat man früher gesagt. In der 89. Minute hatte Gladbach dann sogar nochmal die Chance, die Partie für sich zu entscheiden. Aber das wäre dann auch zu viel des Guten gewesen. Und Leute, ganz im Ernst, den Bayern kann man spielerisch eigentlich keinen Vorwurf machen. Nur das Ergebnis stimmt nicht so wirklich. Die Chancen waren da, aber ich sag's nochmal, Jan Sommer war heute einfach viel zu stark. Ohne ihn hätte Gladbach durchaus hoch verlieren können. So sichert man sich aber einen extrem wichtigen Punkt in München und man hat zumindest gezeigt, wie man mit Leidenschaft und einem ganz dicken Quäntchen Glück die Bayern ärgern kann. Fazit, Gladbach kann Bayern.